Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück bei Terra aus dieser wunderschönen neuen Stadt hier, die Bastion nämlich, natürlich wieder mit Duri, Sashiya und Mikandja. Hallöchen zur neuen Episode. Hallo. Servus. Wir haben jetzt hier ein neues Gebiet betreten und schaut euch das mal an, Freunde, wie wunderschön hier alles ist. Die Idylle einer Stadt. Und das hier ist Bruga. Supertyp. Wo? Hier, da ist wieder eine komische Fischmütze hier auf. Wieder eine Fischmütze? Ja, das ist so ein Popori mit einer Fischmütze auf. Ein Popori? Was hat der? Eine Birne? Ne, der ist ein kleines Küken auf dem Kopf. Oh, mega lustig. Der verkauft ist, gell? Echt jetzt? Ja. Wie viel kostet das? 400 Gold. Alter. Aber schon nicht schlecht eigentlich. Verkauft der auch die Küken? Ne, der verkauft nur... Ich nehme an, ihr seid schon wieder unterwegs. Nö, hier kommt noch ein bisschen her. Ich bin gerade schon rausklopfen, bevor die Torke. Wir sind Gorillas. Ich kann mal gar nicht schoppen gehen hier, ey. Ah, da bist du... Hm? Nun denn, wir müssen Lachinuk finden. Guck mal hier, ein Bananenbaum. Bananenbaum. Guck mal, ein Ander. Cool, weil das ist ein Stand, so. Was ist passiert? Kann man die Banane runter? Die kann man nicht aufnehmen. Nee. Das ist ja nicht. Scheiße. Aber wie riesig die Bananen sind, ey. Okay, cool. Oder alle, gell? Folgen wir hier mal dem Wasserpfad, oder? Dann kann man unsere Spure nicht folgen. Oh, das sieht voll schön aus. Was ist das? Futterbehälter, das ist richtig. Fischzucht. Kann man den aufmachen? Naja, aber du brauchst ja nicht... Fische. Echt? Da im Wasser ist schon immer zwischen. Was gehen wir? Wie cool ist das hier bitte? Süß. Hihi. Gefällt mir voll, ey. Ja. Absolut. Achtung, hier sind... Ein bisschen... Afer. Nee, Faultiere. Ein bisschen links. Ein bisschen so Ruiner. Ja, das ist... Ich glaube, das ist so eine Idylle voller Ruine. Ah, Leute, wir müssen da hoch. Ja, dann können wir da... Da drüber kommen wir hoch wieder. Ja, okay. Jetzt hier links. Boah, was denn das? Teilfahrt. Das ist riesig. Das neue Gegner. Das ist ein Roboter, oder? Mhm. Alter, was ist das für ein Fe... Warte, hier lang? Das ist so ein bisschen steil. Wo lang? Komm mal hier lang. Nee, da geht's nicht lang. Das ist nicht gut. Ich glaube, hier müssen wir hoch. Hier den Wasserfall entlang. Oh, Leute, Leute. Ach, oh, scheiße. Oh, das ist voll schön hier. Gell, voll harmonisch. Das gefällt mir voll, ey. Ballers Zuflucht. Und hier ist ein Mager. Ich habe ein bisschen falsch gelaufen, aber... Wo bin ich hingelaufen, Michi? Hey, wir hätten vielleicht auch anders da hinlaufen können. Das wäre besser gewesen, aber... Ja. Egal. So, man hat schon ein bisschen was vom Gebiet gsehe. Laschinuk besiegt Messingwächter und holt euch ein Zahnrad. Ich nehme an, das waren die Roboter, wo wir gerade drauf sind. Mhm. Warte mal, bleib mal schon stehe. Das ist keine Zeit, dass das die einzigen Quests hier sind. Hey, wir machen doch nur die Hauptquests, oder? Auch hier? Nur die Hauptquests. Weiß ich nicht. Die sind jetzt für Level 60, die... Also, ich habe die vorher auch nicht angenommen in der Stadt. In der Stadt gab es auch keine. Doch. Echt? Ja. Ich habe keine gefunden in der Stadt. Ja, gab es welche oder nicht? Wieso haben wir es ja komplett ignoriert? Ich habe welche gesehen, gelbe Aushobenzeichen. Ich habe sie nicht angenommen. Ich habe keine gesehen. Weißt du, die gaben auch 22 Gold hier. Das sind zwei Stück. Mir ist egal. Ein paar Faul-Pyre töten. Die Tore. Die Tore. Mir ist Spurms. Die sind alle hier in der... Die sind alle hier gleich in der Nähe. Komm, die können wir ja machen. Dann machen wir es nicht. Ähm, Semas und ne... Nein, das ist das. Und ne Erdis, glaube ich. Ja. Helfen ist ehrenvoll. Also zwei Stück. Mhm. Aber das Faultier brauchen wir nicht hier. Nee, hier, da sind sie. Oh, ein Faul-Tier-Schlitzer. Oh, Darm-Schlitzer. Mal laut, zehn Stück. Ja, das wird wahrscheinlich wieder ein Spaß, bis wir die zehn Stück kriegen. Okay, aber der esst Banane, das Faultier. Voll cool, ey. Da liegt es noch auf dem Boden. Was liegt auf dem Boden? Das Faultier lag gerade noch auf dem Boden, weil er rum. Auf dem schon down war. Auf hier gibt es ein paar. Da gibt es auch gleich die andere, glaube ich, die wir brauchen. Ich habe noch eine Quest, die heißt Kein Tag für Faultiere. Oh, ist das Stiefel, der für den Krieger passen? Bananen! Bananas in Pajamas. Hihi. Wo seid ihr? Hier? Hier? Ach so, da. Direkt über die... Ach, da sind die ganze Faultiere. Oh, ja. Hm. Ach, häro. Oder auch die Taste vergewaltigt. Verdichtung. Jetzt mal hier runter. Oh, da liegt die Grabhaut. Aber habt ihr das auch? Kein Tag für Faultiere. Ja. Die Quest. Mhm. Weil es wäre so vier Namen anzeigt. Ist das der doch vielleicht? Der Große? Ja. Ja, der ist. Der Messingwächtler. Haller, war das wieder... ...willig. Oh, Achtung, da. Jetzt kommen sie, Leute. Rage. Aber die sind ja gar nichts, ey. Ah, ah. Keine Konkurrenz für uns. In dem Gebiet sind zwei Instanz. Ist das richtig? Ja. Jupp. Baldass... Ach, nee, nicht Baldass Sucht. Baldass Tempel. Baldass Tempel, ja. Und die Kanäle. Wo sind die scheiß Faultiere? Welche Faultiere? Da... ...wird die kein Tag für Faultiere. Warte mal, wird mir nicht angezeigt. Die wäre auch nicht angezeigt. Ne, ich meine, die Quest wird mir nicht angezeigt. Ja, mir wäre die auch nicht angezeigt, der Hand auf der Karte. Feralis, Nasi, Kalivin. Ah, ich hab einen. Wuff. Wo? Die sind aber ganz schön verstreut. Echt? Wo sind sie? Ah ja, okay, es geht. Dahinter sind die. Ähm, im Oster. Ja, dann müssen wir hier langkommen. Sashi, folge uns. Ja, ja. Die Richtung ist gut. Gell? Da vorne müsste es sein. Da rum, um das Ding rum, oder? Mhm. Boah, das ist ein riesiger Turm. Was ist denn das? Na, die Hände auch wieder. Wie geil es hier aussieht, ey. Aber mit denen müssen wir reden. Für die Föderation. So, Magian, wo ist die anderen zwei? Jetzt haben wir schon mal zwei. Vorne, glaube ich. Wahrscheinlich gerade hier gegenüber, oder? Ja. Das ist diese Türme. Welch nobler Besuch. Hast du ja so ein riesiger Speer dahinter. Wo denn? Da? Ja. Direkt geradeaus, wenn du hier rausguckst. Wo, was ist da? Ach so, das. So ein riesiger Speer. Ja, das war gerade genau rechts von meinem Bild, deswegen habe ich es nicht gesehen. Bist wir jetzt wieder zurück ins Lager. Jupp. Ah, ist das schön. Aber ist gerade so still. Ist gerade so still, ey. Ja, gerade für Muschig. Aber ein richtig geiles Gebiet. Also, vom Ding her ist bisher das schönste. Ja, ich muss echt sagen, dass... Und die Gegner sind ausschlau. Die Faultiere und so. Geil, das hat so ein bisschen was Ilyisches selbst beim Kampf. Ja. Das heißt, hier, kurze Frage, warum weh? Ne, ich habe mich kurz verschrieben. Okay. Boah, jetzt wäre ich fast schon in der Hang nur noch. Die ganze Faultiere, ey. Laufen zu Miki. Ich attaciere jetzt Miki gleich, oder? Ja. Aber es leckt schon ganz schön, ey. Solche Dringlichkeit. Leggi. Aua. Zieht mich nur zurate. Sucht in Sirens Garten nach Rida. Wo seid ihr? Ja. Im Lager. Du bist gerade um... Du stehst gerade auf dem Pferd. Du, nach wer ich? Ja, du. Du standst gerade auf dem Pferd, irgendwie. Ah, die kann man wieder abgeben. Welches? Die von Doonavs. Naja, deswegen sucht den Sirens Garten nach Rida. Mond-Schatten-Pflanzen sammeln. Was? Hä? Mond-Schatten-Pflanzen sammeln? Waschen die her? Ah, da ist eine. Salbe für Ausschlag. Jupp. Gib mal hier Abgabe beim Lashniok. Ey, das ist so scheiße, wenn die scheiß Questet anzeigt. Ja, gell? Das verstehe ich auch nicht. Ja, gut. Perfekt. Gut, Saschi. Hätte ich jetzt nicht gesehen. Nix zu denken. Wo gehen wir jetzt lang am besten? Wer fällt ein, oder? Sonst weisen ja dahinter. Ieeeeein! Ich rei über die Mauer. Oh. Oh, die Mauer ist voll geil. Wuuuhuuu! Weißt du, Mauer und ich ab? Ich bin auch abmaundet. Duril nicht, oder? Doch. Duril auch abmaundet. Wo ich 100 Kluge bin, schau'n. Oh, ich schatze ein Spieler entgegenkomme. Grüße! Ja. Wie hieß die Person? Oh, wie schön. Weiß nicht, warst du schnell. Alter. Geil, das aussieht, ey. Hm. Ich bin buff, Leute, echt. Oh, jetzt nehmen wir ein Serien ins Garten. Garten Eden, oder? Such den Pavillon nach Rita. Schnell, schnell, Rita brauch uns, schnell. Das geile Licht hier. Sieht aus wie so ein... Wie so ein... Wenn jetzt ein riesiger Gegner kommt, irgendwie. Ja, kommt wahrscheinlich nicht. Ich hasse Störungen. Rechts Serienziegel. Das sind die ganzen Götter. Huch. Ach so, warte mal, das scheiße. Fuck, Leute, wir kommen ja nicht raus. Doch, ich bin draußen. Ja, auch. Wie? Findet Rita, da ist sie doch. Wie seid ihr rauskommen, Leute? Springe. Ich kann hier nicht mehr hochlaufen. Nee, es geht nicht. Hier, komm hier raus. Sashi, du musst nur... Ja. Ah. Okay. Jetzt müssen wir zum Luschi-Booft zurück, weil er wieder Depp heißt. Ja, aber machen wir erst noch hier die Mondschadepflanze. Stimmt. Ich schau ertrink es, ey. Scheiße. Oh, nö. Fuck. Da, hinten ist die Treppe. Nein, ich will nicht. Michi, siehst du? Ja, ich seh's. Hä? Es ist echt bitter, wenn du nicht rauskommst, gell? Hä? Jetzt. Hä, ich komm nicht raus? Gebe es nur nach links. Gebe es nur nach links an die Wand. Und dann springen. Und dann springen. Du kannst nicht nur am Wasser springen. Geh zu der Treppe. Zu der Treppe. Ich bin noch an der Treppe. Ja, aber da kann... Ah, jetzt. Ja, genau da. Ey, das ist... Total verbuggt hier, aber... Da hinten sind sie, links. Wow. Achso, da. Die gibt es ja zum Glück wie Sand am Meer hier. Ja, das ist wichtig, ey. Weit zehn Stück, ey. Ja, wir brauchen auch zehn. Der weiß nicht, wie langsam die spawnen. Das will ich mir gar nicht ausmalen. Ich sag mal, bei der fünfte spawnt sie wieder. Hoffen wir's. Na gut, aber sie sind genügend, Leute. Da drüben steht noch vier. Das sind zwei, macht sechs. Plus vier, zehn. Passt. Darf halt kein anderes Spiel, ey, kommen. Spiel, ey. Grüße. Sashi, du hast Unrecht behalten. Ja, ich hab's leider verkackt. Sashi, das kommt nicht gut bei den Zuschauern. Da hinten ist sie. Stimmt. Na, du hast vielleicht auch Recht behalten. Oh, doch, da hinten kommen welche. Sashi hat Recht. Ja. Ja. Ja, guck mal, hier sind sogar noch mal. Ja, das fünf Stück sind ja noch. Das langt locker. Na jo, du. Auf so viel mussten wir aber noch nicht zusammen sammeln, für einmal, oder? Nee, meistens nur fünf oder drei oder acht. Jetzt sind wir zum Lashenegg. Die Rückkehr. Aber, muss schon sagen, also, grafisch macht dir da nix, niemand was vor, ey. Aber wer ist Baldr? Das ist bestimmt ein Gott. Baldr, meinst du? Weil ich hab'n Zauber, der hält wegen von Baldr. So lang, Leute, ist besser. Dann ist ein Gott. Ja gut. Ja gut, Kaya isch ja auch nix geht hin. Und mit der schwätzen wir auch die ganze Zeit. Ja. Ja. Schara hab'n wir auch mal am Anfang vom Let's Play mal kennengelernt. Und Velik. Stimmt, Velik. Ja. Velik. Eigentlich alle. Und Kili war auch n Gott. Und der Kelzai. Ja. Ne, der Kelzai, ne. Der Tulsa. Der Tulsa. Der Tulsa. Stimmt. Die verwechsel ich dauernd. Ah, sehen sie ja ähnlich. Im Schluss war es ja auch eins. Ja. Habt ihr Bücher. So, Achtung. Das ist ja scheiß Faultiere hier. Aber jetzt sind wir, ah da, beim Donat. Seidest pflichtig. Holt Tafelfarmente aus den Schachteln in Baldr's Pavillon. Als das hat ne neue Quest. Stimmt. Kern des Problems. Oh, Mann, ey. Immer gibt's was zu tun. Das ist das Problem, wenn man alles macht. Mach's den Konservator und schachtel das dicht. Mach mal die noch. Also, ja, welche jetzt? Die 2 oder die 1? Beide? Ja, fang mal immer auf. Lauf mal da lang. Ich steh mal bei 2 oder? Ich werd da drunter springen. Boah. Aber haarscharf, du, Riel. Ja. Hä, wir müssen runter, oder? Ja. Da müssen wir hin. Los. Ja. Ja, da müssen wir es in den. Ja. Und da müssen wir hin. Aber das ist ja nicht. Es geht um ihn. Oh, oh. Es geht um ihn nicht. Es geht um ihn. Was ist das. 7, 8 Was ist das los? 10 1 1 Das ist ja alles hier in der Nähe Zum Glück ey, bei dem riesige Gebiet wäre es schlimm, wenn man immer hin und her reiten müsste Der hat ja irgendwas für uns hier, ne Der ist Vermächtnis, der ist zu mächtig für uns Okay, du darfst du leider nicht ansprechen, die tötet dich mit einem Schlag Mh, da muss man echt aufpassen Jetzt brauchen wir die Schachtel der Sicht Ja Schachtel der Sicht ey Hört sich auch witzig an Witzig Wohl sinnvoll Oh, wie schön, die Flora Gell hey Das ist einfach nur Naturpur, das da Warte Was hat man das für einen Wächter Das ist doch ein Wächter Das zeigt es mir an, Uralltag Wächter Stufe 60 Das ist grillig 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 Hey, muss das jeder machen Du musst den Doof gang Kann man die anklicken? Ne Bei mir passiert auch nix, Leute, gell Hol Tafelfragmende aus den Schachteln Dann bein das Pavilion Leute hier Komm mit Hier Oh, yeses Ja, wieso ist denn das seh? Sag mal Das sind aber drei Stück, du musst dir drei Sammler Ja Die sind wahrscheinlich in all der Ecke Und ich auch Da ist schon ein Konservator Das Dilemann ist vorbei, oder? Natürlich Die sehen eh nix Da, schau wieder So, und jetzt Das sieht hier gut Das nächste Lager Elsine Die ist auch im Lager, am Neuer Wo ist Naisers? Ich denke mal Naisers ist noch im alten Lager, oder? Da müssen wir, äh, gut Da müssen wir da g'schen, ne? Ja Oh, das sind fliegende Vaginas Oh nein, hey Boah, ja Das sind Tal der Titanen Genau Die tropfen der Höhle Die tropfen Da tropfen Das war auch gut, ey Legendäre Seen Die wir schon erlebt haben, Freunde Hey, wo bereite mir ich hin? Wir sind zum alten Lager, die Questabgabe Das heißt? Naisers Ach stimmt, nicht auch noch Die, 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 die Jetzt kommt wieder Musik Die ist ja hoffentlich hier Ja, da ist sie Seid mir gegrüßt Findet Ist die Hilfe gefällt? Oh ne, 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 ne Ah ja, guck jetzt erstmal Edo noch Ah, ok, gut, korrekt Ich dachte schon, wir müssen wieder uns rum suchen, ey, wie blöd Das ist echt verdammt schönes Gebiet, da macht Spaß sogar die Bodegänge hier Gell, da macht euch alles Spaß, finde ich Hm Man kann doch gar nicht viel sagen, man möchte einfach alles anschauen Guck, da kann man auch mal die Regionen quest machen, Duril Ja, ich, du hast mich überzeugt Vor allem, jetzt sind wir Level 60, jetzt brauchen wir eh mehr EP, deswegen Ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn wir die auch mitmachen Vollkommen, stimme ich dir jetzt so, Micky Gell Jetzt haben wir das Unterarchiv auch endlich bedreht, ey Oberarchiv Mein Oberarchiv Oh, das Unterarchiv geht aber nicht, ging aber nicht lang Boah So kleine Faultiere hier Die werden immer kleiner Hm, oh volles versteckte Lager hier Oh, da ist ein Berserker Ein Berserker Quelle der Weisheit Hat ja auch ein paar Dealer Aber heute brauchen die, die Leute echt lang zum Laden Sieg für Valkion Echt, bei mir schon So, was haben wir hier noch? Oder müssen wir das Gift von der fliegenden Vaginasammler Hä? Achso, nehm dir gleich wieder alles an, oder was? Was ist das? Pflaumiges Haar eintauschen Ja Lass doch mal die Quests alle erstmal sammeln und dann Ja, also ich hab jetzt alle, glaub ich Ich muss was verpasst haben Wie viel habt ihr? Warte Eins, zwei Das sind drei Stück, oder? Mit der Handlungsquest sind's drei Halt, was? Du auch, Michi? Warte Was geschehen Durchzählen Und Die Luxus-Lotion Was? Die Luxus-Lotion Achso, ja Sprachlos Und Bewahrer der Sonne Korrekt Perfekt Perfekt Dann sind wir ja Gehen wir erst zu drei Ich würd' sagen, wir machen Folgepäusle Oder das? Ja, das kann man auch machen Ich würd' sagen, wir sind ausgestattet für die neuen Folgen in Baldas zuflucht in dieser wunderschönen Idylle Also, Freunde Bis zur nächsten Episode Und genießt den Tag Sashia, perfektes Bild gerade von dir Sensationell Mit diesen Bildern verabschieden wir uns Bis zum nächsten Mal Und Ciao Tschüss Tschüss Tschüss